Blashtovko, Blashtovko, stary Orlik, odpovies! Ich bin ist, ich bin ist arbeiten in russische Gestapo. Gestapo? Ja, ja! Haben Sie im Gestapo mnoho Kommunisten strilliert? Ja, naturlich! Und Kommunisten und Nestraniken! Alles wird strilliert! Piff, paff, vsechni! Du, du Hund! Wo ist mui Verband disloziert? Heil Hitler! Stalin kaputt! Du, du, schmutzig, schmutzig! Herrgott, ich seh ich ne Brasse! Schwein! Däkuju! Du schmutzig, Schwein! Wo sind deine Soldaten und wie viel? Dort, dort ist Haus, Poschta, Frau, und dort ist Schonkin. Er hat Flugzeug und mein Gruppe russischen Gestapo ist dort zwar seine Provasen, versteht?